Willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us. Im letzten Part haben wir Ellie eine Knarre in die Hand gegeben, eine etwas größere, und sie hat echt gut geschossen. Mal gucken, wie es weitergeht. Natürlich erstmal erkunden, wo hier was ist. Hier gibt es noch Häuser. Da kann man reingehen. Vielleicht ist da ja sogar was. Wir nehmen das Fenster. Ah, und wie hier noch was ist. Hallo? Drei Teile. Das ist viel. Auch wenn ich eher Alkohol und Bänder, Bänder, ne Lumpen haben wollen würde. Aber man kann ja auch nicht alles haben, na. Ist ja immer so. Gut. Hier geht es nicht weiter. Scheint auch nicht zu liegen, aber wir haben echt lange keinen Firefly-Anhänger gefunden. Denken wir auch nicht, dass es da irgendwelche gibt. Wir sind von hier oben irgendwo gekommen. Da ist nirgendwo ein Loch drinne. Tja. Ob das so beabsichtigt war, ist wieder mal eine andere Sache. Hier leuchtet auch nichts am Baum. Hier waren wir noch nicht drinne. Überhaupt nicht. Ah, von hier kommen die sicherlich angerannt. Die restlichen. Ach, scheiße. Kling. Okay, haben wir auch noch gebraucht. Von daher. Bänder muss ich aufpassen. Schießpulver? Moment, hatten wir nicht mal ein Viertel Schießpulver benutzt? Nee, das ist Zucker, ne. Aber Schießpulver fehlt auch. Und da ich diese Rauchbombe sowieso nie verwende und weiß nicht wofür... ...haben wir jetzt halt voll. Und einen Halm verschwendet. Bisschen Leben. Aber was soll's, was soll's. Ich werde Rauchbomben persönlich nicht benutzen. Viertel Alkohol. Jetzt haben wir wieder eins. Ach, und nun sind wir hier. Okay. Dann gucken wir mal im oberen Stockwerk nach. Falls wir da überhaupt hochkommen. Sieht gut aus. So. Was heißt, es sieht gut aus. Hier gibt es gar nichts. Von wegen, hier gibt's gar nichts. Hier muss doch noch irgendwas sein. Oder wo können wir... Kommen wir da auch rein von unten? Äh, Moment mal. Ellie, wo bist denn du jetzt grad? Da sollten wir weiter... Wir kommen grad über die Grenze hier rein. Wow. Okay. Aber erst mal hier. Falls man doch nicht irgendwie zurück kann. Vorbei, wenn man da runterklettern kann, kann man da auch hochklettern. Aber hier gibt's echt keine Schublade zum Aufbauen. Was ist das denn hier? Hier muss doch etwas zu hol sein. Ein Pfeil. Ein Pfeil. Eine Lumpe. Na! Fuck. Sprengstoff. Ah. Ist nur die Frage, mach ich mir ein Messer, oder? Ja, ich mach mir erstmal gar nichts. Sofern ich nicht wieder zu früh was einsammele, ist es dann meine Schuld. Ich glaub, das war's auch hier, ja. Mehr wird doch garantiert nicht drum sein. Ist schon mehr als genug. So, die Frage ist jetzt, wie kommen wir dann wieder hoch? Ach, ist offen sogar. Aha, das glaub ich. Das Tor ist sogar offen. 25 Teile. Also ich bitte euch. Hier drin ist nichts, ne? Toll. Da leuchtet auch nichts mehr. Alter, 25 Teile. Bisschen Ratten zum Essen, wenn ihr wollt. Noch frisch. Nicht gekocht. Also wie's aussieht, geht's eigentlich hier weiter. Was war denn, bitteschön, hier? Kommt man da weiter? Ja, gut, aber was ist hier? Ist da auch noch ein Durchgang? Hoho. War ich hier schon drinnen? Ja, okay, hier war ich schon drinnen. Ja, okay. Okay. Hier kann man raus. Hatte ich nicht so irgendwie realisiert, kann man nicht über den Bus? Nein, kann man nicht. Sogar Stacheldraht. Oh mein Gott. Sogar Stacheldraht. Wo ist Ellie jetzt hin? Ach, rennt da hinten einfach nur rum. Einfach öfters drücken, nicht gedrückt halt. Jetzt macht ein Sinn, Ellie. Oh Gott, ist Ellie gerade gerahnt. Ach, die blöde Kette glänzt. Warte. Mach ich. So. Nice. Manuell durchgehen. Auch mal was. Also ich würde es wieder schließen. Also ich würde es wieder schließen. Noch mal zehn Teile. Ich glaube, jetzt sind wir mit Teilen ganz gut versorgt. Nein, das sind wir nicht. Okay. Durch der Lüftungsschach können wir wohl kauen, ne? Hast du ein Gespräch, Kleiner? Nee. Das hätte man schon sehen können. Jetzt rief mir doch mal hoch. Ja, ich stehe doch direkt vor. Was hast du denn? Ja, da. Komm. Ja, ich stehe doch mal hoch. Hilf mir mal damit. Sie ist genauso stark wie Tess. Nee, nicht wirklich, aber... Ich glaube nicht, dass ein kleines Kind so was schaffen kann. Geil, Drogen. Und eine Werkbank, ja. Von wegen, wir sind mit Teilen gut bedient. Jetzt die Frage. Waffenhalfter. Was bringt das genau? Zweite Pistole. Wir haben doch schon zwei. Nach-Lade-Tempo, Magazin-Kapazität. Hier können wir nichts mehr machen. Hier können wir nur noch Magazin-Kapazität... Wir haben davon noch genug Money. Rückstoß? Na, nicht unbedingt. Hier haben wir auch schon alles. Also eigentlich könnten wir jetzt nur Nach-Lade-Tempo oder Magazin nehmen. Dann haben wir aber wieder weniger, würde ich sagen. Ich mach mal für eine langen Waffe noch ein HF da. Ah, okay, sowas. Ah, okay, schneller zum Aus... Ah, okay. Jetzt hab ich verstanden, jetzt hab ich verstanden. Das heißt, unsere Not ist zweimal da. Nee, wobei... Wobei... Unsere Not sollte an erster Stelle... Kommt schon. Danke. Snipen brauchen wir nicht so wirklich. Und doch eher das. Unsere Not muss schneller Mann sein. Okay. Schneller zwar auszählen, ja. Braucht man wirklich für die Kurzwaffen nicht. Alles klar, hier liegt sonst nichts mehr rum. Wie steht's mit unseren Drogen? Viel zu wenig. Heiltempo, was heißt denn das jetzt schon wieder? Ja, doch. Medikits... Ach so, nur Medikits. Hier passiert doch wieder was. Scheiße, runter, runter. Ja, das machen wir gar nichts. Nein. Ja, 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 ja. Warum sollten die ohne Taschen was zu essen haben? Jetzt mal ohne Scheiß Hauptsache, ein Mensch steht noch auf der Haube, mhm, klar Oh Mann, wir hätten nichts tun können Ich weiß, aber, oh Mann Ja, nicht nur du würdest so Mann sagen Scheint nicht zu sein, die Wand kann man auch anscheinend nicht bewegen Hier ist eine versperrte Tür, hier ist gar nichts, eine offene Tür Hallo, offene Tür Es geht hoch Noch weiter hoch kommen wir nicht Ach du Scheiße Oh, Mally, du warst die ganze Zeit hinter mir Wenn man das hört, wenigstens fangen sie an Du musst trotzdem was anbleiben Es ist gut, dass du bei mir bist Okay Also an die Stelle kann ich mich irgendwie null erinnern Das ist nämlich hier von oben Oh Gib mir deine Nahkampfwaffe Bitch Bless Oh Woher auch immer Ich hab echt keinen Plan, was Das hier sollte Daran erinnere ich mich null Scheint ruhig zu sein Hoffe ich mal Von wegen, das Spiel sagt immer, wenn man ducken darf Das war jetzt echt etwas grenzwertig, ne Man hat zwar die Stimme gehört, aber man wusste nicht woher und so Eigentlich sollte man stehen bleiben Aber ey Wär schon so geduldig Oh, oh, oh Nehm ich gerne Runterspringen sollte man von hier aus nicht Oh Notiz Letzter Angriff Dann wollen wir mal Wir haben sie in die Flucht geschlagen Ein Großteil ihrer Streitmacht zog sich zur Liberty Avenue zurück Momentanach schlagen wir zu Träumelt alle Kampfwegen zusammen und bewaffnet sie Wer noch stehen kann, kann auch kämpfen Jeder, der sich weigert mit uns zu kämpfen, wird vertrieben Jeder, der die Armee unterstützt, kann ein Exempel Statuieren Heute Abend Werden wir diese Tyrannei ein Ende setzen Und ein neues, eigenes Leben beginnen Oh, okay Nein Oh, nein Die Stelle kam noch nicht Entschuldigung Obwohl es die geilste Stelle im Spiel ist Bis so lange, wie ich finde Nein, zwei geilste Entschuldigung Mäh Jo, ich frage mich, was einige Leute manchmal denken So wie das hier aufgebaut ist Oh, ich komme doch nicht hoch Lass mal irgendwelche Autounfälle Also, so, so Stützen machen, damit wir da hochkommen Oder so Das sieht manchmal so danach aus Schade hier Warum ist nichts? Nee Nichts, nichts So, hier sieht das doch wieder nach Leuten aus Nee, eigentlich nicht Sieht fast überall so aus Noch hört man keine Stimmen Noch Da brennt ein Feuer Ich bin anscheinend weit weg von denen Zum Glück hatte ich das noch nicht Auch noch keine Ahnung, wo die sind Oh Oh Hier ist eine schöne Falle Jetzt fangt ja auch sogar schon mit Fallen an Wusstet ihr, dass sie den Typen und das Mädchen haben? Nur den Ja, die ist Und die, die im Kratzen Oh Oh Da seid ihr Äh, ja Der eine bleibt da anscheinend immer stehen Da ist auch wieder eine Falle Aber dahinten scheint irgendwie noch keine zu sein Toll Ja Kümmert euch um die unbesiegbare Ellie Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Oh, da ist noch einer Du auch Ich hatte auch mal wieder Bock auf Action Ich habe acht Schläge Wann das? Durchbekommen Das war auch extra Hö What? Ah, hier sind wir Okay Hier dreht sich alle rum Das war knapp Sehr knapp So, einer steht da Ey, stehen nur zwei da Hö Oh Bewegt euch Ach, linksrum kann ich nicht rum Was machst du? Mach mal was Schönes Gehst wieder zurück, okay Dann denke ich mal, dass ich theoretisch Nein Doch Siehst du das da? Wer ist da? Ein Dringling Hä? 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 Wer hat mich denn jetzt von denen gesehen? Du hast Scheißwaffe Pass auf Jo, jo Jo Du hast auch eine Scheißwaffe Nehme ich gar keine Uh Aber Deine Waffe Brauche ich jetzt Oh Aber droppen, tun sie mir was Schönes Wer hat mich jetzt von denen gesehen? Den ersten da ausschalten? Gut Aber was soll ich danach machen? Ich versuch die einfach mal wegzusnipen Hat die auch lange nicht Hä? Deine Tod wurde jetzt gespeichert? Cool Echt cool Der hat einen Helm Was bewahrt ihr vor einem Kopfschuss? Ernsthaft? 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 Äh Bist du zu dumm Um zu Treffen? Nichts ernsthaft? Schlägst zweimal Wirbel vor What? Snipen Auch eine doofe Idee Was ich daraus machen werde Im nächsten Part Bis dann Viel Spaß und Tschüss Berat auf Bescheid Tschüss